Hallihallo und herzlich willkommen bei Miepel King und unserem Podcast all about bread. Hast du nicht gerade gesagt, du hast Sport gemacht und bist ein bisschen fertig, Martina. Man muss die Leute gleich, ich habe hier jetzt von Anfang an eine Aussortierung vorgenommen. Wer jetzt abgeschalten hat, der ist nicht würdig. Okay, verstehe. Aber Gordon hat gesagt, er ist ein bisschen fertig, weil er alle zwei Stunden auf Go drücken muss, weil er keine Maschine zum Schälchen machen. Das läuft hier langsam alles aus dem Ruder, weil Gordon kommt nicht hinterher. Ihr bestellt zu viel, hört auf damit. Hey, Martin, läuft es doch gerade, lass es doch so. Ich komme schon irgendwann hinterher. Na klar. Pass auf, wollen wir heute mal wieder mit einem Rettungsdiensteinsatz starten. Ich hatte was Lustiges. Bitte. Aber du weißt, dann werden wir als asozial und, ähm, oder jetzt, warte. Ja, ja. Okay, jetzt. Ja. Ja, einer von 100 findet es blöd. Das ist richtig. Aber genau, wir hatten einen Kommentar drin bei iTunes, dass wir uns ja über andere Menschen lustig machen und das ja nicht so schön ist. Und wie dem auch sei, da deutlich mehr Kommentare drin waren, die gesagt haben, sie finden diese Rettungsdiensteinsätze ziemlich cool, werden wir die einfach beibehalten. Also, dem sagen wir nie Namen, es geht ja auch nie gegen die Person an sich. Die Situation an sich ist doch einfach nur, ne, ist doch einfach, da kann man vielleicht jemand auch mal ein Lächeln ins Gesicht zauern oder vielleicht auch, dass der eine oder andere darüber nachdenkt, was vielleicht manchmal nicht so sinnvoll ist. Ich schildere einfach eine Situation, wie ich sie erlebt habe und ihr könnt ja für euch selber beurteilen, ob ihr die witzig findet oder nicht. So, pass auf. Für alle Uninformierten da draußen, man kann ja die 116117 anrufen, dann kommt man zum Kassenärztlichen Notdienst. Das ist quasi ein Hausarzt. Ja, die kannst du überall aus Deutschland anrufen, die 116117. Und dann bekommst du einen Hausarzt quasi, der so eine Art Notdienst macht. Also, der fährt halt rum und besucht die Leute. Und damit kann man sich dann eben so einen Hausarzt auch zu sich nach Hause holen. Da die mittlerweile aber auch brutal überfordert sind, haben die teilweise auch wirklich Wartezeiten von fünf, sechs Stunden. Falls du überhaupt durch die Leitung kommst, kann auch sein, dass die sagen, die sind gar nicht erreichbar. Und die nehmen uns halt auch nochmal einen großen Teil der Arbeit ab, weil es kann ja manchmal sein, dass jetzt so eine ältere Dame oder so an einem Samstagabend einfach brutale Bauchschmerzen hat. Nur geht Oma 80 Jahre ja nicht in die Apotheke und holt sich, oder die Apotheke hat auch schon zu, braucht aber was gegen Bauchschmerzen. Ist ja nicht unbedingt was fürs Krankenhaus. Vielleicht reicht ja ein bisschen Buskepanen oder so. Dann kann die den anrufen, dann kommt er vorbei, falls er denn kommt. Und dann gibt er ihr halt was gegen die Bauchschmerzen. Also, Kassenärztlicher Notdienst. Auch sehr witzig. Schon viele lustige Situationen ihr habt mit der Telefonnummer. Deswegen sage ich jetzt immer 116117. Weil ich habe es schon mehr als einmal an der Einsatzstelle erlebt, dass ich den Leuten gesagt habe, sie können ja auch einfach die 116117 anrufen und dann haben sie den Kassenärztlichen Notdienst dran. Dann geht der Angehörige raus. Kannst du dir denken, was passiert ist? Kommt wieder rein und sagt zu mir, aber beide Nummern sind nicht vergeben. Ich sage, was? Wie beide Nummern? Na, die 116 nicht und die 117 auch nicht. Ich sage, nein, das ist eine Telefonnummer. Ja, aber ich muss ehrlich zugeben gerade, ich war mir auch, also wo du das erste Mal gesagt hast, es ergibt keinen Sinn, weil du sagst ja nicht zwei Nummern, es gibt ja nur eine, aber grundsätzlich habe ich als allererstes auch gedacht, welches ist es jetzt? Aber okay, es ist eine Nummer her. Ja, wahrscheinlich, weil die die 112 anrufen, die davon aus, dass 116, 117 bald auch zwei Nummern sind, sind sie aber nicht, aber das war beim ersten Mal, wo die wieder kamen und meinten, gehen beide Nummern nicht und du sitzt da und denkst, hä, wie beide Nummern? Was haben die denn jetzt gemacht? Ach so, oh ja, okay, nein, tippen sie mal beides zusammen ein. Okay, auf jeden Fall, ältere Dame, nur nochmal so zur Gesamtgeschichte, 60 Jahre alt, also eigentlich noch gutes Alter, war am Donnerstag beim Hausarzt, hat Corona, hat ein bisschen Probleme gehabt, hält sich aber alles in Grenzen, war am Donnerstag beim Hausarzt, hat jetzt Samstag, nee Moment, hat Freitag, quasi einen Tag später, nochmal die 116, 117, also den KV-Arzt angerufen, der kam auch noch bei ihr zu Hause vorbei und wusste sich nicht so recht zu helfen, weil sie sagt, ja, sie kriegt ein bisschen schlecht Luft und so, aber es war eigentlich alles okay, also hat er auf jeden Fall Antibiotika verschrieben, weil er sagt, ja, vielleicht ist eine Lungenentzinnung, hier hast du Antibiotika, ich glaube, der hatte keinen Bock auf sie. Und jetzt hat sie am Samstag Durchfall davon bekommen, von dem Antibiotika, hat den KV-Arzt erneut angerufen, die Verbindung ist aber abgebrochen, die haben versucht, sie zurückzurufen, sie ist nicht mehr ans Telefon gegangen und dann kommt die 112 ins Spiel. Logisch, die Patientin geht nicht mehr ans Telefon, wir schicken die Notfallrettung. So, wir kommen da an, die macht die Tür auf, grinst uns an, hallo. Ich sage, ja, setzen Sie sich mal. Hallo. Ich sage, ja, setzen Sie sich doch da bitte hinten in den Sessel. Hm? Steht immer noch vor mir und grinst. Ich zeige auf den Sessel so mehrfach, ja, okay, sie geht hin, setzt sich. Ich sage, was ist denn passiert? Und sie fängt an. Naja, ich habe ja, gestern war ja der KV-Arzt da und der hat mir was verschrieben und jetzt habe ich Durchfall davon und ich habe so Magenschmerzen. das finde ich immer sehr, sehr eigenartig, wo ich mir so denke, haben Menschen das erste Mal in ihrem Leben Durchfall? Ähm, weil, also wenn ich Durchfall habe, dann habe ich auch Magenschmerzen. Könnte man auf jeden Fall eins und eins zusammenzählen. Dann zerreißt es mir quasi den Körper, bis es soweit ist, ja, also. Aber die sitzen dann vor dir und sagen, ja, das krummelt so im Bauch und das drückt so und ich habe Durchfall. Ja, das ist eine normale Kombination, das gehört so zusammen. Aber gut, sie redet erst mal weiter und weiter. Ich sage, hm, hm, okay. Und sie haben ja jetzt die 116, 117 angerufen und da haben sie ja anscheinend aufgelegt. Ähm, oder der Verbindung ist abgebrochen, aber sie sind ja nicht wieder rangegangen. Was ist denn passiert? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe Durchfall. Und ich sage, ja, das habe ich ja verstanden. Aber sie haben ja die 100, das ging so drei, vier Mal pingpong-mäßig hin und her. Mein Kollege ist schon, ja, wir hatten schon die Balkontür aufgemacht wegen Corona und so. Ich habe die dann auch gefragt. Und sie haben Corona-Stand bei uns auf dem Zettel. Also Bauchschmerzen habe ich halt und Durchfall und wir machen die Tür auf. Ja, ja, sie können die Tür ruhig aufmachen. Mein Kollege ist dann schon rausgegangen, nachdem ich so das dritte, vierte Mal eine andere Antwort von ihr bekommen habe, unpassend zu meiner Frage und stand auf dem Balkon. Und auf einmal kommt sie angelaufen, habe ich noch nie gesehen und gibt mir so ein kleines Gerät, ist so, was würde gewesen sein, so dreimal fünf Zentimeter groß. Sieht aus, sieht aus wie ein Autoschlüssel vom Prinzip her. Und drückt mir das an der Hand und sagt so, hier, das ist ein Mikrofon, da müssen Sie reinsprechen. Dann geht das direkt auf mein Hörgerät. Ich höre nämlich fast gar nichts. Ich denke, okay, das ist ja so eine Info, die könnte man ja auch mal vorher droppen, wa? Oh mein Gott, ey. Dass sie so gut wie taub ist. Und dann gibt sie mir dieses Gerät. Habe ich noch nie gesehen. Also, ich meine, klar, es ergibt natürlich Sinn. Ich habe ja auch letztens erst gehört, wusste ich auch nicht. Man kann ja per Bluetooth auch sein Handy mit dem Hörgerät koppeln und so. Ja, das geht. Also, das ist schon clever, aber ich habe da nie so drüber nachgedacht. Und dieses Gerät ist halt auch per Bluetooth mit ihrem Hörgerät gekoppelt und dann kannst du da reinsprechen. Und dann habe ich in dieses Gerät reingesprochen. Ich habe mir das vors Gesicht gehalten und habe da reingesprochen. Ich sage, die Verbindung ist ja abgebrochen. Sie haben ja die 116, 117 gewählt. Was war denn los? Ja, also meine Tochter ist jetzt mit dem Hund spazieren gegangen. Ich sage, ja, das mag ja sein, aber was ist denn jetzt bei Ihnen los? Ja, ich weiß nicht. Die kommt dann irgendwann wieder und dann, ähm, das ging noch dreimal so hin und her. Ich gucke so auf das Gerät rauf. Ich sage, ist das eingeschalten? Hallo? Sie kommt angelaufen, guckt so rauf. Ja, ja, ist an. Ich sage, ja, ist ja interessant, weil ich die Gefühl habe, dass wir zwei komplett unterschiedliche Dialoge führen. Oh mein Gott. Und genauso wie du hat mein Kollege auch draußen auf dem Balkon lautlos gelacht. Also ohne Witz, wenn du, wenn du versuchst mit jemandem zu kommunizieren und versuchst halt herauszufinden, was diese, was diesen Menschen fehlt. Und egal wie langsam du sprichst, egal wie laut und deutlich. Und ich habe dieses Ding schon fast immer im Mund gehabt, wo ich reinsprechen sollte. Und sie hat immer noch nicht auf das geantwortet, was ich von ihr will. Also mir ist schon richtig eine Ader gekommen, ne? Also ich habe schon richtig, wenn, alter Schwede. Sie hat einfach nicht auf meine Fragen geantwortet. Egal wie. Und die hat aber immer so getan, als ob sie mich versteht. Und mein Kollege draußen ist schon fast explodiert vor Lachen. Er meinte, das war feinstes Entertainment. Er ist ja fast, fast umgefallen vor Lachen, wie ich dann schon. Und dann sagt sie dann noch so zwischendurch, ich rede mit ihr und sage nochmal. Also, dann haben sie ja die 116, 117 angerufen. Und dann guckt sie, ja, ja, ich habe es verstanden. Ich kann auch morgen zum Hausarzt gehen. Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie haben ja die 116, 117 angerufen. Warum? Ja, ja, ich nehme die Unterlagen da hinten morgen mit zu meinem Hausarzt. Aber merken sie, wenn sie langsam sprechen, verstehe ich sie. Oh mein Gott. Krass, dass ihr dann scheinbar nicht bewusst, oder versteht sie dann was Falsches oder versteht ihr einfach nichts und baut sich dann, also das ist ja wirklich krass. Also das finde ich ja. Ich weiß es nicht. Also wir haben völlig aneinander vorbeigequatscht die ganze Zeit. Und dann sagt sie so, und dann haben wir uns kurz über den KV-Arzt unterhalten, der gestern da war. Sie meinte dann, ja, war ein total komischer Mensch. Der hat die ganze Zeit immer mit seiner Faust auf die Sessellehne raufgehauen. Ich glaube, ich weiß warum. Aber ich muss halt sagen, ich hatte dann auch noch einen schönen Moment, während ich dann so ein bisschen was aufgeschrieben habe, kam mein Kollege dann von draußen rein, hat so ein paar Werte erhoben, hat ihr auch über dieses Mikro-Ding so Fragen gestellt und sie hat einfach auch komplett an ihm vorbeigequatscht die ganze Zeit. Und er hat halt so dreimal hintereinander die gleiche Frage. Immer andere Höhen, andere Tiefen, andere Geschwindigkeit, schön laut und deutlich in dieses Mikro rein. Also wir haben irgendwann schon gedacht, hier, verstehen sie Spaß. Also wenn du dieses Mikro-Ding schon fast in deinem Mund hast, hallo, verstehen sie mich? Und an dem Moment grinst du und sagst, ja, okay, warum haben sie angerufen? Ja, meine Tochter ist mit dem Hund spazieren. Vermerkt ihr so? Also wird sowas dann vermerkt in dem Bogen, dass sie nichts, also dass sie quasi nichts versteht, wenn ihr euch mit ihr unterhalten oder so? Wird sowas irgendwie? Ja, also wir haben es dann soweit. Ich habe dann danach gedacht, ich hätte auf meinem Tablet theoretisch auch so die ganze Zeit alles reintippern können und versuchen können, mit Schreiben mit ihr zu kommunizieren. Auf die Idee bin ich in dem Moment nicht gekommen, weil ich ja die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf guter Dinge war, wenn sie mir, sie meinte dann zwischendurch auch noch, ich mache mal meine Hörgeräte lauter, vielleicht verstehe ich sie dann besser. Ich sage, ja, fantastische Idee. Machen sie das mal. Ich finde auch krass, dass sie nicht sofort tatsächlich am Anfang, also das wäre ja mit das Erste, was ich sage, warten Sie, bevor wir irgendwas reden. Ich habe Hörgeräte oder ich höre fast nichts, weil bevor sie das so viel tun, ja, das ist halt wirklich komisch. Also fast die ersten fünf Minuten des Einsatzes hat sie uns eigentlich überhaupt nicht verstanden, hielt es aber nicht für nötig, uns zu sagen, dass sie fast nichts hört. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihr euch später dann verstanden habt, muss man dazu sagen. War jetzt später nicht besser. Ich glaube, was natürlich vielleicht für sie auch ein großes Problem sein könnte, ist, dass ja Menschen, die Hörprobleme haben, auch sehr viel mit so ein bisschen, was sie hören und dem Mund abgleichen. Wir hatten ja Masken auf, weil wir wegen Corona. Das wird vielleicht das Ganze nochmal für sie ein bisschen verkompliziert haben. Aber nichtsdestotrotz war das, also wir haben uns am Ende mit ihr ja jetzt halt erstmal absetzen, weil wenn sie es nicht verträgt, ist ja sinnlos und dann mit dem Hausarzt das Ganze nochmal klärt. Aber das war auf jeden Fall, der ging ein bisschen an die Substanz der Einsatz. Krass. Ich habe das, kann ich ja ganz kurz sagen, ich finde das auch super schwer. Also wir haben ja auch bei uns im Apple Store Leute, die taubstumm sind. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, so ein bisschen Zeichensprache mir ein bisschen anzueignen, weil ich finde das total blöd auch für die Leute, weil man kann sich einfach null verständigen oder muss man halt schreiben. Dann macht man das halt, also hin und her schreiben. Ist natürlich super langsam, wenn du eine Kaufberatung machen willst, ist das nicht sehr hilfreich. Und das tut mir dann total leid, weil die Leute versuchen natürlich irgendwie, aber wenn sie halt nicht reden können, was willst du machen? Und dann versucht man irgendwie mit Händen und Füßen sich zu verständigen. Und viel schlimmer ist natürlich, wenn die ein technisches Problem haben und das versuchen irgendwie zu lösen. Versuch das mal irgendwie zu klären. Das ist wirklich, also da, ja, da versuche ich gerade so ein bisschen, dass ich mir so, wenigstens die einfachen Sachen. Man kann ja wenigstens, wenn man schon mal Hallo oder sowas sagen kann, dann haben die Leute wenigstens das Gefühl, dass man da so ein bisschen was, ist schon hart, muss ich sagen. Also bei dir war die eigentlich komplett taub und konnte sprechen, aber trotzdem. Also, aber ganz ehrlich, kommt das öfter vor, dass sie in deinen Laden kommen? Also öfter würde ich jetzt nicht sagen, aber hatte ich schon ab und zu eine Situation. Hatte schon. Ja. Weil ich muss sagen, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn ich jetzt taubstumm wäre zum Beispiel, ne, und ich wüsste, ich habe ein technisches Problem und gehe in den Apple-Laden, dann verfasse ich doch vorher schon eine A4-Seite, wo ich draufschreibe, hi, ich bin, ich habe Hörprobleme, ich habe das Telefon an dem und dem gekauft, folgende Probleme sind aufgetreten, können Sie mir helfen? Das hatte ich auch schon zum Glück. Also es gibt auch Leute, die das dann machen, ne? Also das ist natürlich die sinnvolle Variante, wo da hatte ich einen Herrn, der hat das halt wirklich einen kleinen Text geschrieben, was sein Problem ist. Das ist natürlich in dem Fall die viel sinnige Variante, als wenn er dann erst anfängt, was einzutippen oder dann irgendjemand versucht oder fragt nach jemanden, der Gebärdensprache kann. Also da kann man ja in dem Fall natürlich schon mitdenken und sagen, wenn es keinen gibt, dann schreibe ich es halt schon mal auf, das hast recht, das ist natürlich sinnvoller. Ja, das ist, also das setzt, glaube ich, eine gewisse Grundintelligenz voraus, ohne dass ich jetzt jemandem zu nahe treten will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Ausland wäre, wo die vielleicht nicht Englisch sprechen, ja, ist ja nun nicht der Hit, wenn ich ein Problem mit meinem Telefon habe, dann suche ich mir einen Google Translator raus oder Diebel oder whatever, tippt vorher schon den ganzen Text ein, den ich brauche, hab den schon parat, dass ich den nur noch vorhalten muss und fang nicht erst im Laden an zu schreiben, was mein Problem ist. Vorbereitung, ja? Ist ja hier nicht wie im Podcast. Wo wir uns on the fly den ganzen Käse hier aus den Fingern saugen. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hammer News. Wir starten mit den News, genau, weil wir sagen, wir machen heute die News wieder. Hammer News. Darf ich ja anfangen. Willst du anfangen? Ja, fang ruhig an. Wir haben bestimmt auch was ähnliches, würde ich mal sagen, aber dann fang du mit dem ersten an, machen wir abwechselnd einfach was. Also tatsächlich habe ich gar nicht so viele News. Und zwar möchte ich eigentlich nur droppen, dass die, dass Awakened Realms angekündigt hat, was ihre nächsten Projekte für dieses Jahr sind. Und da haben sie einmal rausgeprügelt, dass Nemesis Retaliation, also komisch ist, ich meine in dem Podcast oder Video, was sie rausgebolzt haben, da haben sie gesagt, dass es im dritten Quartal kommt, glaube ich, Nemesis, also zumindest der Kickstarter. Und auf ihrer Seite steht aber, the start date of the crowdfunding campaign has been announced for quarter four, also fürs vierte Quartal. Finde ich ein bisschen komisch, okay. Leichte Abweichung, aber ich würde jetzt erstmal der Seite glauben. Vielleicht haben sie sich in dem Video versprochen. Also im vierten Quartal geht Nemesis in die dritte Runde. Ja, das erste habe ich gebackt und verkauft, das zweite hat Gordon gebackt und verkauft, bin ich wohl wieder dran, würde ich sagen. Also wir wechseln uns da konsequent ab. Auch aufgrund fehlender Grundintelligenz. Dann Dragon Eclipse haben sie auch angekündigt, ein Zweispielerspiel, in dem es... Da habe ich mir was noch geschrieben, sieht nicht geil aus. Hervorragend, dann sage bitte was dazu. Ja, genau. Ein bis zwei Spieler ist das Spiel. Was habe ich mir aufgeschrieben? Warte hier. Es ist, also ich finde interessant, da standen halt nur so ein paar Stichworte in der Kampagne. Deckbuilding ist da mit drin, Open World, also er entdeckt eine Welt. Also ein bis zwei Spieler, es scheint storybasiert zu sein, stand auch so mit drin. Aber es stand auch Arena, dass ihr irgendwie Arena-Kämpfe habt. Also es hat sich nach einer sehr, sehr wilden Mischung angehört. Aber ich, also grafisch, allein das Cover hat mich echt krass abgeholt, fand ich richtig cool. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie denn da so, also was, wie die Mechaniken so ineinandergreifen, was sie denn da so vorstellen werden. Also da bin ich jetzt erstmal, habe ich auf meinem Merkzel gemacht, dass ich da reingehen werde, wenn jetzt nicht irgendwas kommt, wo ich sage, dass mich das komplett raushaut. Aber das fand ich erstmal so von Ankündigen sehr cool. Muss man natürlich erstmal noch gucken, wie episch das wieder ist oder was das wieder für Sachen sind. Aber ich sage mal so, grafisch mittlerweile kann man bei Awakened Rames eigentlich immer sagen, sieht es erstmal geil aus. Man muss auch sagen, das Cover von Nemesis, das dritte, sieht auch cool aus. Aber aussehen reicht erstmal nicht, ne? Deswegen schauen wir mal. Ja, gut. Designer haben sie. Aber das sind jetzt halt auch, also ich finde genau das Bild, wie auch von Nemesis, das hättest du auch über eine AI generieren können. Also das ist jetzt auch nichts Bewegendes oder so. Sagst du einfach drei Typen in einem abgeranzten Fahrspul, ein bisschen Cyberpunk und Weltall und dann kriegst du so ein Bild raus. Also ist jetzt nichts Bewegendes. Unter anderem, also ein Spiel hatten sie, glaube ich, noch angekündigt. Stalker. Das habe ich jetzt aber gerade nicht. Stalker? Ja, stimmt. Stalker. Das kommt so klar, glaube ich, als erstes. Das ist, glaube ich, ein PC-Spiel, oder weil das kenne ich aber nicht. Also da haben wir so eine Beschreibung, aber das kenne ich nicht. Basierend auf dem PC-Spiel, aber ich selber habe es auch nicht gespielt. Wo wir schon bei Gamefound sind, sind The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Das ist quasi von Chip-Serie Games. Die Elder Scrolls Saga, umgesetzt auf dem Board, start immer noch 28. März. Also sollte zeitnah, dann sollten neue Infos kommen oder sie droppen die Infos wirklich erst, wenn es losgeht. Aber auf jeden Fall wird dieses Spiel demnächst starten. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das Base Game bestimmt 150 bis 200 Euro kostet und mal sehen, was es beinhaltet. Wir würden euch natürlich sehr gerne jetzt schon sagen, wir haben einen Prototypen, wir konnten uns das schon mal angucken, aber sie antworten nicht. Nochmal der Aufruf an die Community. Wenn einer von euch jemand von denen kennt, dann sagt ich nochmal, wir wollen für den deutschen Markt gerne. Sie haben ja tatsächlich nur was amerikanische, das haben sie auch auf der Messe mir erzählt. Sie wollen jetzt expandieren, irgendwie doll in ein bisschen europäischen Markt, aber also mir oder uns haben sie nicht geantwortet auf unsere Mails, wo wir sie angeschrieben haben. Sehr schade. Ich denke nicht, dass das grobe Absicht ist, sondern die einfach, ich habe schon öfter gehört, dass es immer noch ein sehr, sehr kleines Team ist und die Masters überfordert sind. Aber die haben ja eigentlich eine Abteilung dafür. Ich finde, die könnten sich wenigstens zurückmalen. Sie könnten wenigstens sagen, nee, Leute, das passt nicht oder so. Aber ich denke, das wäre schon sinnvoll. Finde ich sehr schade. Ich würde es gerne mal, für die hätte ich echt Bock, Sachen vorzustellen. Man kann es ja mal testweise machen. Wenn es ihnen nicht gefällt, können sie immer noch sagen. Ist nicht. Aber gut. Also wir sehen es genau wie alle anderen am 28. drin. Ah, warte mal. Ich versuche mal noch einen Joker zu zünden. Mal gucken. Okay. Ich denke, du weißt welchen. Mal gucken. Vielleicht über einen Prototypen. Ich weiß nicht, ob wir den direkt zur Verfügung gestellt kriegen. Aber ist ja in Berlin. Man kann ja auch sich in die Bahn setzen und hinfahren. Mal gucken. Vielleicht können wir noch einen kleinen Joker zünden, um da ranzukommen. Vielleicht. So, jetzt du. Ja, dann machen wir mal weiter mit GameFound. Townsfolk Tassel ist die Erweiterung gestartet. Für alle, die schon mal ... Kickstarter. Kickstarter-Junge. Ja, ja. Also, ja, bei Kickstarter. Sorry. Ja, stimmt. Wir haben ja eben GameFound gesagt, dann jetzt bei Kickstarter ist die jetzt gestartet. Wenn es rauskommt, vor einem Tag, zwei Tagen, glaube ich, ist übelst durchgestartet. Hast du mal reingeguckt? Also die waren gestern Abend, wo ich reingeguckt habe, schon bei 460.000. Letztes Mal waren sie komplett bei 430.000. Also krass. Es ist ein Boss-Battler. Ein sehr einfacher Boss-Battler. So ein Comic-Style, so ein bisschen American ... Ja, so ein Comic-Style, so amerikanisch angehauchte Kleinstadt. Und wo irgendwelche Leute kommen, die quasi die Bewohner terrorisieren und die muss man bekämpfen. So ganz grob gesagt. Ich habe es da. Ich habe den ersten Kickstarter damit unterstützt. Ich finde es sehr cool. Aber es ist wirklich einfach nur Boss-Battling mit Würfeln. Ihr könnt euch ein bisschen ausstatten mit bestimmter Ausrüstung und habt halt Figuren, die ihr spielt und gegen dieses Monster, diese Figur kämpft mit Terrain, was auch noch auf dem Feld ist. Mehr ist es nicht, aber es macht Spaß. Es ist thematisch cool umgesetzt. Schade, dass es nichts Deutsches davon gibt, weil ich glaube, das wäre noch für wesentlich mehr Leute interessant. Oder ich weiß nicht, es gab nichts auf Deutsch, oder? Habe ich zumindest nicht gesehen. Das ist ein bisschen schade, weil es für mich sehr thematisch ist. Also ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass das Spiel so gut durchstartet. Ich finde es, mich spricht es so gar nicht an. Also die Optik auf jeden Fall, die ist mega. Also die finde ich auch gut und ich kann jedenfalls stehen, dem es gefällt. Aber so grundsätzlich, wie ist es jetzt nicht so geil. Aber gut, ich bin ja auch kein KDM-Fan. Also Kingdom Death Monster. Von daher ist es halt schon okay. Wo wir bei Kickstarter sind. Sholas of the Tigris ist jetzt drin. Hat auch schon 411.000. Das ist, Moment, warte, ich klicke kurz rauf. Hier von Champ Phillips. Die haben auch ganz viele Spiele, machen immer demselben Design. Warte, ich sag dir gleich welche. Ach so, das. Wayfarer ist von denen. Keeper of the Keys. Wiscounts, Paladins, Architekts. Also die haben ja immer so ihr sehr eigenes Design, was ja auch völlig okay ist. Ich finde es auch ganz cool. Du hattest ja, glaube ich, Wiscounts hattest du, ne? Aber war nicht so... Doch, ich fand es cool, aber Annika hat es gehasst. Also deswegen habe ich sie verkauft. Gehasst ist aber böse. Sie fand die Ikonografie so schrecklich. Ich habe es zweimal gespielt. Dann nochmal die erste Hunde abbauchen, weil Annika es einfach wirklich gar nicht gefallen hat. Und dann habe ich immer nochmal in Ordnung gespielt. Ja, es war cool, aber es war jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. War ganz witzig. Aber jetzt, deswegen habe ich mir die Spiele auch nicht mehr angeguckt, weil die scheinen alle solide zu sein. Aber meistens, das ist jetzt nicht... Also ich habe selten von einem davon gehört, boah, das ist der absolute Obermann. Das musst du spielen. Sind, glaube ich, alle solide. Aber fand ich jetzt nicht mega krass. Okay. Hast du noch was? News Technisches. So richtig viel ist ja nicht passiert. Ich habe zwei wichtige Sachen noch. Noch einmal habe ich hier noch den Würfel, den würde ich gerne einmal erwähnen, jetzt auch im Podcast. Ja, bitte. Da kommt bei uns jetzt auch heute oder ist schon gekommen eine Preview zu raus. Unidice nennt sich das Ganze. Für alle, die jetzt natürlich nicht zugucken, versuche ich es mal zu beschreiben. Ihr habt quasi einen bisschen übergroßen Würfel, der auf seinen Seiten jeweils eine LCD-Fläche hat, die auch mit Touchscreen versehen ist. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht online schon mal gesehen. Auf der Messe konnte man sich den auch angucken, letztes Jahr ein Essen. Und da haben wir ein Probeexemplar bekommen und der ist jetzt auf Kickstarter gelauncht. Wenn ihr das heute hören solltet, am ersten Tag gibt es 50% Rabatt. Für 99 Euro wird der angeboten. Ab dann sind es, glaube ich, 149. Ganz kurz dazu, ich habe den noch ein bisschen getestet. Ich finde den tatsächlich ziemlich cool. Am Anfang war es sehr verbuggt, weil natürlich Software bei so einem Gerät, es ist ja doch ein relativ kleiner Würfel, ist natürlich echt schwierig, das alles hinzubekommen. Ihr habt auch ein Gyroskop drin, der merkt quasi, wie ihr ihn dreht oder wenn ihr ihn würfelt oder so, aber mittlerweile ist es echt geil, weil ihr könnt komplett custom jeden beliebigen Würfel da drauf spielen oder ihr könnt auch Bilder drauf machen. Ich habe jetzt hier beispielsweise, ja gut, das ist jetzt nicht wirklich, ne? Also ich habe hier, wenn ihr das im Bild seht, ich habe hier die Katzen zum Beispiel drauf gemacht, ihr könnt natürlich auch eure Gesichter drauf machen, wenn ihr den als Startspieler-Würfel nutzen wollt. Es kommen aber auch ein paar Startspiele, ich glaube mindestens acht Startspiele und sonst könnt ihr natürlich auch alle anderen Würfel imitieren, ob es jetzt Nemesis ist, ob es bei KDM ist oder so. Es ist eher ein Gadget, das sage ich auch im Video, guckt es euch trotzdem nochmal an, da zeige ich ein bisschen, wie das mit der App funktioniert, aber ich liebe Gadgets und ich muss mittlerweile sagen, finde ich es echt sehr cool, also mittlerweile finde ich den echt ganz cool und es wird auch noch ein bisschen was geändert, was ich hier habe, der ist noch, glaube ich, per Hand hier so die Seiten rangeklebt und so. Man hat so ein bisschen Angst am Anfang, weil es ja so Glas ist oder wahrscheinlich Plasterglas, ich weiß gar nicht so richtig, aber der ist super robust, den habe ich schon auch über harte Oberflächen gewürfelt. Am Anfang macht man so ein bisschen, ach Gott, aber es kommt wohl noch ein bisschen dickere Umrandungen ran und dann sollte das mit dem Bildschirm auch gehen. Vom Tisch musst du ihn runterwürfeln. Vom Tisch runterwürfeln. Ja, weil das ist ja, er ist kaputt. Ist noch ganz auf jeden Fall, also scheint es überlebt zu haben. Zwei von sechs Scheiben sind gesprungen. Naja, weil das ist ja der Härte-Test vom Prinzip her. Ist nichts gesprungen, sieht gut aus, also scheint er überlebt zu haben. Dann kommen wir noch ganz kurz zum letzten. Frosthaven kann man ab Ende März wahrscheinlich bei Feuerland vorbestellen, das haben wir ja noch nicht erwähnt. Für schlappe 260 Euro wird das Ganze kosten. Was echt guter Preis ist für das, was danach kommt. Ja, genau, also grundsätzlich habt ihr da auch nicht nur das Grundspiel, sondern auch die Metallmünzen, die Sticker sind drin, die Solo-Abenteuer-Varianten. Jetzt sind die Metallmünzen da drin, ne? Ich habe mir die Metallmünzen extra, extra gekauft. Das denke ich auch jetzt so. Also, naja, schauen wir mal, was Feuerland da sagt, ob wir da euch auch vorab vielleicht was zeigen können. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die überhaupt vorab Exemplare bekommen. Aber habe ich Bock drauf. Also wir, du hast ja mittlerweile zwar die Online-Variante, aber ja auch fast so durchgespielt, also ja auch sehr viele Stunden investiert. Wir haben es auf dem Board damit gespielt. Also wir haben echt Bock. Und meine Gruppe hat Lust. Ihr habt es ja vor relativ kurzer Zeit noch gespielt. Aber wir haben ja schon gesagt, wir werden es wahrscheinlich als erstes uns anschauen mit unserer Gruppe. Und dann ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was sie so anders machen. Ich gucke mir tatsächlich die englischen Videos erstmal noch nicht an, weil ich es mir dann, wir wollen es auf jeden Fall spielen und werden dann mal einen bestimmten Vergleich machen, was sie da anders machen, ob eine Abwechslung drinne Story besser ist oder mit Stadtausbau etc. Bin ich gespannt drauf. Ja, ich bin da gerade noch nicht so gehypt. Aber das liegt halt wirklich hauptsächlich daran, dass wir ja bei Gloomhaven war, so langsam am Ausklingen. Man kann das tatsächlich so lange spielen, bis man sich abgewöhnt. Aber ja. Okay. Keine News weiter. Was Unwichtiges. Heat wird exklusiv bei Talia rauskommen. Wir haben es ja auch auf dem Breitspielwochenende gehabt, fand ich interessant. Bei Talia? Ja, deswegen habe ich es mir nämlich aufgeschrieben, fand ich Aha. So, woher kommt das her? Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, dass die exklusiv ein Spiel vertreiben. Aber scheinbar wird Heat, das ist dieses Rennspiel, was auf Englisch rauskam, wird jetzt exklusiv bei Talia erscheinen. Ja. Ist noch ein kleiner News am Rande. Aber damit bin ich fertig, wir können damit weitergehen. Okay. Alles klar, dann kommen wir zu unserer Kategorie gespielt und reden einfach mal so darüber, was jetzt in einem Monat sogar aufgelaufen ist, weil wir quasi einfach ja, seit einem Monat nicht drüber gesprochen haben. Hast du recht, ja. Ja. Ja, einiges, einiges habe ich gespielt. Einiges. Also, ich fange mal an. Ich habe Age of Galaxy endlich gespielt. Gordon hat es mir mitgebracht von der Messe. Es kam ja zwischendurch mal die Frage, ob dazu noch was kommen wird. Ja, dazu wird noch was kommen. Ich habe es jetzt gespielt. Ist dieses niedliche, kleine Spiel in der Box, kündigt sich selber an mit 4x-Spiel in der Minibox. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel in dieser Minibox drinnen ist und wie komplex dann doch die Regeln sind, obwohl ich sagen muss, dass ich finde, dass sie an ein, zwei Stellen unnötig aufgebläht wirken. Also so, ich meine, wenn du am Anfang des Heftes erstmal zweieinhalb Seiten nur mit Symbolen hast, mit Erklärungen, die du irgendwie erstmal lernen sollst, finde ich so ein bisschen anstrengend. Also, ich finde, das lösen andere Spiele durchaus in eleganter. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel so Weather Machine nimmst, da habe ich nicht so eine Probleme gehabt, die Ikonografie zu verstehen und alles nachzuvollziehen, weil es erstmal drei Millionen Symbole gibt, die irgendwann irgendwo im Spiel auftauchen. Finde ich irgendwie komisch. Die ist allerdings, muss man auch sagen, bei La Serra-Spielen, die ist natürlich topnotch. Also, da haben sie mittlerweile sehr viele Jahre Zeit drin. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, du hast mir das auch kurz gezeigt, schon sehr viel, also auch einfach viel, eine Menge an Symbolen, die man da hat. Ja, und du kannst halt, ich glaube, neun Aktionen sind es, Grundaktionen, die du machen kannst. Und diese neun Grundaktionen musst du halt auch erstmal lernen und verstehen. Das ist irgendwie eingängiger. Wenn du jetzt so, also ich meine, Weather Machine ist jetzt kein fairer Vergleich, ne? Das eine ist ein 4X-Spiel und das andere halt nicht. Aber so Weather Machine ist halt in sich viel komplexer und komplizierter. Aber da hast halt eigentlich vom Prinzip her vier Grundaktionen. Also, ja, mit den Doppelaktionen, aber ist egal. Sagen wir mal sieben. Wenn man, ja, und bei dem Minispiel hast du so neun Grundaktionen und irgendwie, also ich musste die Anleitung tatsächlich zweimal lesen und selbst die erste Runde gestaltete sich irgendwie sehr stockend am Anfang, weil du irgendwie, du kannst eigentlich gar nicht viel machen bei den Grundaktionen und trotzdem weißt du nicht so richtig, wofür du sie machst. Dann kriegst du wieder irgendwelche Token, wo auch nicht so richtig ersichtlich ist. Was kann ich denn mit dem machen und guckst du nach? Also, ich fand es ein bisschen schwerlich, den Einstieg, muss ich sagen. Was extrem cool ist in dem Spiel, ist, dass du, boah, jetzt müsste ich lügen, 50 oder 60 verschiedene Völkerkarten hast und am Anfang kriegst du halt sieben Stück. Die sind alle komplett unterschiedlich. Das finde ich echt krass. Von sieben Stück, das ist echt krass, ja. Und von diesen sieben Stück kannst du dann noch mal drei wegschmeißen und noch mal nachziehen. Und das ist dann quasi deine Hand für das Spiel. Und von diesen sieben kannst du drei ausspielen als deine Hauptfraktion, die dein Spiel auch maßgeblich beeinflusst, weil die von diesen sieben Aktionen welche günstiger macht. Oder wenn du eine von den sieben Aktionen machst, bekommst du noch irgendwas dazu. Du kannst Aktionen machen, die andere gar nicht machen können. Du bekommst Schilde, du bekommst Schiffe. Also, dein Spiel ändert sich maßgeblich. Und das ist, was natürlich cool ist, die kannst du jederzeit ausspielen im Spiel. Also, du spielst die nicht gleich am Anfang aus. Und dann kannst du natürlich, wenn du jetzt was ausspielst, kann ich im Laufe des Spiels noch darauf reagieren, indem ich einfach eine andere Karte ausspiele. die das vielleicht sogar ein bisschen abwehrt. Für 4X-Spiel hat es allerdings relativ wenig Spielerinteraktion. Also, man nimmt sich schon sehr viele Plätze weg. Man klaut sich auch so ein bisschen Ressourcen. Aber so direkten Einfluss mit Kämpfen gibt es eigentlich nicht. Also, da hätte man noch ein kleines bisschen mehr machen können. Gerade so ein 4X-Spiel lebt ja eigentlich auch davon, dass man sich gegenseitig wegballert. Das fehlt mir so ein bisschen bei dem Spiel. Das war aber nicht so teuer. Also, ich finde, was du da als Preis-Leistung hast, natürlich ein krasses Spiel. 35 Euro. Das ist echt. 35 Euro hast du echt viel drin. Vor allem halt diese 50, 60 individuell gestalteten Fraktionskarten. Das ist schon cool. Also, da lohnt sich ein Blick. Wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen. Was ich super frustrierend fand, war, dass die erste Runde zweieinhalb, drei Stunden gedauert hat. Das ging mir richtig auf den Pinsel. Das ist bei mir aber auch, glaube ich, so ein Erwartungsproblem. Also, ich meine, auf der Schachtel steht drauf, dauert 45 Minuten oder so. Ich weiß jetzt auch nicht. Also, vielleicht zu zweit, wenn es beide schon 30 Mal gespielt haben. Aber ich bin halt mit der Erwartung rangegangen, kleines Spiel, kleine Schachtel wird vielleicht anderthalb Stunden dauern. Und dann ist bei mir ja immer im Kopf drin, boah, wenn wir uns an dem Abend schon mal treffen, dann spielen wir das. Was können wir danach noch spielen? Ach, dann noch einen Absacker oder so. Und dann spielst du halt drei, dreieinhalb Stunden dieses Spiel. Dann denkst du, boah, ey, ich hatte mich eigentlich noch auf was anderes gefreut und nicht nur auf dieses eine Spiel. Und ja, ist recht schwer zugänglich. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es Spaß macht und ich habe schon Lust, nochmal eine neue Kombination aus diesen sieben Karten auszuprobieren. Das ist schon cool, wenn du die so auf der Hand hast und im Laufe des Spiels merkst, ach, wenn ich den mache und den als meine Hauptfraktion, boah, das ist schon eine geile Kombo, da kann ich schon sagen, also, es gibt schon coole Sachen. Also, Age of Galaxy kann man sich mal angucken, wenn ihr da rankommt. Ich glaube, Ende des Jahres soll es auf Deutsch erscheinen, glaube ich. Ansonsten werdet ihr aktuell nicht so wirklich eine Chance haben, da ranzukommen. Ab und zu wird es mal verkauft. Letztens sogar einer für 30 Euro. Das finde ich ziemlich gut. Also, es hat ja 35 gekostet und eigentlich wird es auch gerade für 40, 50 gehandelt, weil du ja sonst nicht rankommst. Aber okay. Ja, oder ihr kommt halt in unseren Discord. Da seht ihr, wenn Martin noch eine Runde gespielt hat und keinen Bock mehr drauf hat, haut das bei uns in Discord rein, könnt ihr es da Martin abkaufen. Vielleicht auch so. Ja, oder für das Gewinnspiel, für alle Enten da draußen mal gucken. Ja, müssen wir ja auch noch irgendwann einlösen. Ja, das stimmt. Kommen wir mal vielleicht, da können wir beide was zu sagen, La Familia, oder? Ich denke, das wird auch viele interessieren, auch wenn sie vielleicht den ersten Druck schon gesehen haben. Manche hören ja auch nur den Podcast. Das neue Feuerlandspiel, was man letztes Jahr auf der Messe auch schon probieren konnte. Es ist ein Vier-Personen-Spiel, man kann es nur zu viel spielen, zwei gegen zwei. Und Worker Placement, Area Control, ja, so ganz grob, sag ich mal, was so an den Grundmechaniken, die großen Mechaniken, die drin sind. Und man programmiert nach und nach Befehle auf eine Map, Sizilien, da habt ihr Soldaten drauf und mit den Soldaten versucht ihr, bestimmte Gebiete einzunehmen. Kämpfe werden da ausgefochten, zwei gegen zwei. Und dann versucht ihr quasi eine bestimmte Anzahl von Gebieten zu beherrschen und damit habt ihr das Spiel dann gewonnen nach einer Phase, da wird das dann sozusagen kontrolliert. Wir haben nämlich auch eine zwei gegen zwei Partie gespielt, Martin und Franzi gegen Annika und mich. Deswegen sage ich, ich kann mal beide was dazu sagen. und das war meine Zweitpartie und die allererste Partie war ich noch sehr viel zwiegespaltener, wie ich denn das Spiel finde, weil ich fand, dass einige Regeln, die kamen auch nicht so gut drüber, das war ein bisschen wirr am Anfang. Also wir wussten nicht so richtig, was wir machen, weil es uns ein bisschen überfordert hat. Aber ich glaube, beim zweiten Mal habe ich es besser erklärt, hatte ich zumindest das Gefühl, auch wenn ich trotzdem noch Sachen vergessen habe, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es so viele kleine Sachen, wo man daran denken muss, die man noch machen kann oder dass was ausgelöst wird, wenn eine bestimmte Extrasituation eintrifft. Aber im zweiten Mal, muss ich sagen, hat es mir echt richtig gut gefallen. Es ist halt sehr, sehr taktisch. Es gibt quasi kein Glück in dem Spiel. Es gibt ein paar interessante Mechaniken und ich finde auch, dass das zwei gegen zwei Gefühl eigentlich gut drüber kommt, auch wenn es zum Beispiel bei Prussian schon noch ein bisschen besser ist, glaube ich man. So hier, ich kann dir die Aktion machen, dann kann ich den weghauen und so. Bei Prussian ist es ein bisschen cooler. Aber trotzdem ist es vom Thema her, das Thema mag ich, auch wenn das, glaube ich, so eine Fifty-Fifty-Sache ist. Viele sagen, es ist ihnen viel zu hell, passt nicht zum Mafia-Thema. Ich mag das Grunddesign sehr gern, nur die Ikonografie, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die sieht ein bisschen seltsam aus. Die ist einfach ein bisschen komisch. Aber sonst hat es mir cool gefallen, gut gefallen. Außer, haben wir auch schon gesagt, dieses Getuschel so ein bisschen, das ist ein bisschen nervig, wenn man so ein bisschen Absprachen treffen muss, die die anderen vielleicht nicht mitbekommen. Und da finde ich, das muss man ja so machen, weil alle, das ist halt offen, das Gespräch, aber dieses Getuschel so vom Gegenüber, das fand ich ein bisschen seltsam, teilweise. Also ich kann auf jeden Fall sagen, das liegt wahrscheinlich dann eben an deiner Erklärung, also, weil ihr, du und Annika, ihr habt ja beide gesagt, in dem Ersteindruck, dass ihr das erste Spiel halt echt so sehr wirr fandet und so. Ich fand's überhaupt nicht wirr. Also ich fand's sehr eindeutig straightforward, das wahrscheinlich darin liegt, dass du's halt einfach dann auch beim zweiten Mal deutlich besser erklärt hast, aber ich fand jetzt nix wirr. Klar, hab ich im Spiel mal ein, zwei Nachfragen, kann ich mit zwei Autos in ein Gebiet fahren, aber das ist ja eine grundsätzliche Regelverständnisfrage oder Möglichkeitsfrage. Moment. Neujanisch passiert hier, Stimme ist schon wieder im Einer. So ist das, wenn wir nicht wöchentlich hier im Podcast machen, ey. Kinder, Kinder, Kinder. Naja, ich fand's überhaupt nicht wirr, ich fand's straightforward, ich fand's sehr eindeutig, die Ikonografie, ja, wenn man da durchgestiegen ist, dann ist die okay. Ich würde ein, zwei Symbole austauschen, dann wäre so noch ein bisschen eindeutiger, aber die grundsätzlichen Sachen, die du machen kannst, die sind schon eindeutig und ich hab auf jeden Fall Bock, es wieder zu spielen. Also mir hat's halt richtig Spaß gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht ein, zwei andere Spiele dafür ausziehen könnten, würden, wie auch immer. Wenn du jetzt natürlich sagst, das oder Prozion 3, ich glaube, das würde ich als Stimmungsentscheidung machen. Ich könnte mich gar nicht so richtig entscheiden, weil beide haben so ihre extremen Vorteile. Jetzt hast du natürlich bei Famiglia, ist der Einstieg deutlich einfacher, weil du musst nicht vier verschiedene Fraktionen erklären, sondern nur eine. Das stimmt, das ist definitiv einfacher, ja. Also ich bin jetzt im Nachhinein doch, also das wird immer besser, je länger ich drüber nachdenke tatsächlich. Also ich hab auch echt Bock, das wieder zu spielen, definitiv. Und ich glaube, das wird auch echt krass noch taktisch, wenn man es vor allem sich so ein bisschen kennt und dann wirklich auch den Überblick hat, wer was machen kann, weil alle Tableaus von den verschiedenen Familien, die man spielt, die sind halt asymmetrisch. Und da haben sie alle so ein bisschen andere Befehle, die ausgelöst werden kann. Und da war das in unserer Partie schon so, dass ich dachte, ah, Martin kann das da machen. Habe ich zum Beispiel eine Sache übersehen, wo er nochmal früher quasi dran war. Das wird dann so... Weil dann werden Befehle halt auch nicht ausgelöst, ne? Wenn Martin mein ganzes Gebiet schon leer räumt, dann ist der Befehl halt auch raus. Und da kann man sich echt krass verpokern. Und deswegen gibt's von mir auf jeden Fall erstmal eine Kaufempfehlung, auch wenn ich gehört habe, ich glaube, 90 Euro muss man dafür nicht bezahlen. Ich hab jetzt ganz viele gehört, die so 65 bezahlt haben oder so. Da ist es, das ist es voll wert. Die 90 ist halt so einer Grenze, wo ich sage, oh, ist schon teuer, aber es ist auch okay. Ich glaube, das war halt die unverbindliche Preisempfehlung, ne? Ja, das kann sein. Ja. Ach, übrigens, was mir gerade noch... Ja, wenn ich's hier mal eingebe, La Familia, hast du auf jeden Fall 73 Euro hier. Oder so. Also das ist auf jeden Fall wert. Also das kann man schon mal machen. Mir fällt übrigens gerade ein, eine News hab ich noch. Weil wir gerade beim Thema Mafia sind. Wir halten die Leute ja hier auch immer über Scarface 1920 auf dem Laufen. Das ist so ein Ding wie bei Damals-Tatibas, ne? Das ist so ein bisschen ähnlich. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt aus meinem Kopf. Aber vielen Dank, dass du mich dran erinnerst. Gerne, gerne. Tatsächlich ist echt, also die LKWs, also was ist heute? Heute ist Mittwoch. Also jetzt sind beide LKWs mit den Spielen in Deutschland angekommen. Jetzt werden sie quasi logistisch eingepflegt und die Firma, die das dann hier verteilt, verteilt aber nicht nur Deutschland, sondern verteilt halt von hier aus europaweit. Die hat gesagt, sie wollen es bis Ende März schaffen. Okay. Das finde ich eine unglaublich frustrierende Aussage, aber ich bin guter Hoffnung, dass sie vielleicht mit Deutschland anfangen und nicht mit allem Ja, Martin, du bist doch eh wieder in den letzten fünf Prozent. Du hast echt, ohne mit so ein Pech, das ist krass. Also es ist wirklich krass. Ich muss schon sagen, dass es auch, wenn die, diese Spiele, ich habe das ja erwähnt, dass ich immer noch so wie so ein kleiner Junge vorm Fenster stehe und auf die Post warte. Und wenn du dann halt so liest, letzte Woche haben sie gesagt, ja, der erste Truck könnte schon letzte Woche Freitag ankommen oder so. Und wenn du dann so in deinem Kopf, ja, ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber ja, vielleicht verpacken sie schon am Samstag oder am Montag, dann könnte es Dienstag oder Mittwoch ankommen. Und das frustriert mich ausnahmslos jeden Tag ein bisschen, wenn die Post da war und nichts gebracht hat. Oder du siehst so vorbeifahren und am Horizont verschwinden und denkst, wieder einen Tag ohne das Spiel, das ich haben wollte. Das frustriert mich jeden Tag ein bisschen, muss ich sagen. Das ist tatsächlich, das belastet mich in meinem Tagesverlauf, weil ich hoffe immer so ein kleines bisschen, dass es ankommt. Und wenn ich mir so überlege, was teilweise Leute da draußen für Brettspiele bestellen, also was für Unmengen. Und wenn ich überlege, ich glaube, ich habe mir dieses Jahr erst zwei Spiele gekauft und dann haben wir ein, zwei Spiele so geschickt bekommen, aber so wahnsinnig viele. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr erst drei Spiele bekommen. So, mehr sind es jetzt halt auch nicht bis Mitte März. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für jemanden, der einen Kanal hat. Aber Scarface ist halt ein richtig großes Spiel, ein fettes Ding, wo ich schon gelesen habe, ist auch vom Einstieg her ein bisschen tricky, weil es halt echt was für Profis ist. Also ein Spiel, dem ich meine Aufmerksamkeit widmen will, wo ich dann sage, seit drei Wochen, ich brauche mir ja kein Spiel kaufen, wenn so ein dickes Ding ankommt, was ja dann auch getestet werden muss und was. Und seit drei Wochen warte ich da drauf. Ich bin jetzt echt schon an einem Punkt angekommen, wo ich mich nach anderen Spielen umgucke, die ich als Lückenfüller kaufe, um wieder ein gutes Gefühl zu haben. So schlimm ist das. Sag nicht, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Ich kann das komplett nachvollziehen, aber an dieser Aussage habe ich selber so ein bisschen gemerkt, man versucht immer was Neues zu finden. Also abgesehen davon, dass natürlich auch immer cool ist, dass man für den Kanal was Neues erzählen kann von irgendwas. Aber trotzdem ist es auch selten, also es gibt wirklich wenige Spiele, die wahrscheinlich immer im Regal bleiben werden, wo ich immer wieder Lust drauf habe. Es gibt halt viele, wo man sagt, man hat die zwei Runden gespielt, das ist okay. Und dann, man hat echt immer das Gefühl, man muss was Neues. Weil Martin, ich bin mal ehrlich, du müsstest ja jetzt kein neues Spiel kaufen. Also du könntest ja, du hast Bock auf was Neues, aber du hast ja auch trotzdem genug Spiele, die du einfach zocken könntest, die jetzt auch noch nicht zwanzig Mal gespielt sind. Das ist krass, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt zwischendurch. Klar, es ist sowieso ein Konsumhobby, aber trotzdem ist es interessant, dass man dann immer wieder das Gefühl hat, man möchte jetzt irgendwie doch mal wieder was Neues, man hat mal wieder Lust, irgendwie mal eine neue Anleitung zu lesen, dann wieder mal neues Material oder so. Das ist schon ein bisschen traurig, aber ich kann es aufziehen. Ja, aber irgendwo, irgendwo brauchst du ja neue Sachen im Leben und ich muss ja sagen, ich bin, oder muss man jetzt nicht, aber was das angeht, ich bin total sparsamer Mensch, ey. Ich kaufe mir... Kann ich bestätigen. Kann ich sehr bestätigen. Also ernsthaft. Letzte Woche war ich mit Franzi das erste Mal seit drei Jahren wieder shoppen und ich habe mir zwei T-Shirts und eine Hose gekauft, seit drei Jahren. Also das ist jetzt halt... Ich kaufe mir sonst nichts. Was habe ich mir? Doch, die Woche habe ich mir was richtig krasses gekauft für 60 Euro. Ein Reinigungsset für Fenster. Mit Eimer, mit Abzieher, mit Vorwischer. Mega, oder? Sowas kauft man sich als Hausbesitzer. Nee, aber so grundsätzlich, ich fahre seit 100 Jahren das gleiche Auto, ich kaufe mir sonst keine Klamotten. Alles, was ich mir kaufe, ist, ich kaufe mir einmal im Monat für 10 Euro ein Playstation-Spiel und ich kaufe mir halt ein Brettspiel vielleicht im Monat oder zwei. Das sind meine Ausgaben zusätzlich zu den Grundausgaben. Mehr habe ich nicht. Und von daher, wenn du dann, wenn das dann wegfällt... Ich, ja, ich kann es auch verstehen. Übrigens kann ich dir sagen, Annika hat sich so ein Kärcher-Abzieh-Ding fürs Fenster geholt. Das ist auch selbstverständlich. Ja, ich hatte auch überlegt. Ich hatte auch überlegt. Aber ich wollte erst mal Fenster reinigen wie ein Profi. Aber, fairerweise, ich habe jetzt angefangen aus, also aus purer Langeweile kannst du es ja nicht nennen, weil ich wollte dich ja mal in die fantastische Welt des World of Warcraft einführen. Ich habe mir die Anleitung aus World of Warcraft wieder rausgenommen und habe jetzt angefangen, die zu lesen. Die ist ja im Basegame nur, ich glaube, 45 Seiten lang und dann kommt noch die Erweiterung dazu. Also, das ist sich ja mal schnell weg. Ja, nur 45 Seiten. Krass, dass man sowas sagt. Aber die lese ich mir jetzt halt wieder durch und wenn wir dann das nächste Mal Zeit haben, dann können wir als Koop mal mal... Oder du hattest ja gesagt, Olli will glaube ich auch mal eine Runde spielen oder so, ne? Dann können wir da mal eine Runde World of Warcraft spielen. Also, ich arbeite mich da gerade wieder rein. Das ist jetzt nicht so, dass ich den alten Spielen gar keine Aufmerksamkeit widme. Ich wusel mich gerade wieder rein und mach mich da fit. So, aber weiter zu den Spielen, die wir gespielt haben. Also, La Famiglia kriegt von mir auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung. Wenn ihr vier Leute habt, ich fand's mega gut, Area Control Spiel voll auf die Backe. So muss das sein. Das ist doch cooles Deutsch und Englisch in einem, ne? Also, für euch, wenn ihr Deutsch wollt, ist es egal, aber es ist beides drin. Fand ich clever gelöst. Finde ich immer gut, wenn beides gleich... Kann man machen. Kann man machen. Dann hast du mir ein Spiel gegeben, die... Warte mal, wie heißt das komplett? Die Schriftrolle der Geheimnisse, heißt das, was? Die Schriftrolle der Geheimnisse. Schatten über Lysharia. Habt ihr schon gespielt, oder? Hast du mir gegeben. Ja, klar. Haben wir schon gespielt. Ähm, ich fand's irgendwie nicht so geil. Also, ich hab so vom... Ähm, also, wir haben jetzt eine Stunde oder anderthalb gespielt. Die Aufmachung ist halt super, ne? Das ist vom Prinzip her auch so wie so ein Wimmelbild. Also, das ist wie Mikro-Makro, nur halt mit so einer coolen Schriftrolle, die man so aufziehen muss. Ihr hättet ja wenigstens mal die Schriftrolle andersrum drehen können. Die war noch auf Ende. Ach so. Ich hab so angefangen, die so auseinander zu ziehen und dachte so, warte mal, ihr stimmt aber nicht. Dann müssen wir erst mal zurückdrehen. Ja, ihr habt halt so eine Schriftrolle, die ist 1,80 Meter lang. Das ist schon mega so, wie so eine alte Pergamentrolle, die man dann so auseinanderrollt und dann gibt's halt so verschiedene Rätsel, die immer gelöst werden müssen und die Sachen sucht man dann auf dem Board. Und wir haben tatsächlich das erste Kapitel komplett gemacht und das zweite jetzt auch schon. Aber ich fand das erste Kapitel unglaublich frustrierend, muss ich sagen, weil die Rätsel für uns nicht eingängig genug waren. Also, wir haben von der ersten Seite, da hast du, glaube ich, sieben oder acht Dinger, hat sich eins oder zwei, haben wir, glaube ich, gelöst. Der Rest war für uns war zu tricky und ich fand halt auch, dass Wörter falsch verwendet wurden. Du hast zum Beispiel, da steht am Anfang ein Rätsel, dass jemand, dass eine Kreatur auf dem Ding kauert und dann habe ich zu Franzi gesagt, guck mal, ich denke, das ist die Figur da unten und sie sagt, nee, die kauert nicht. Und dann haben wir halt nachgeguckt, die Definition kauern ist halt zusammengezogen irgendwo liegen und diese Figur war nicht zusammengezogen. Also haben wir uns für was anderes entschieden und haben dann in der Anleitung nachgeguckt und es war dann doch die erste Figur, die wir dachten. Und das ist quasi einfach per Definition das Wort kauern anscheinend vom Hersteller nicht richtig verstanden oder falsch übersetzt. Aber sowas regt mich dann halt richtig auf. Wenn ich auf so ein Bild eine Viertelstunde lang drauf gucke und versuche, die Lösung zu finden und dann scheitert es daran, dass das Wort nicht zu dem passt, was ich sehe, das nervt mich. Und wir hatten dann so ein, zwei wirklich frustrierende Momente. Also es haben sich auch so Sachen nicht erschlossen. Du hast ja gleich, das erste Rätsel ist ja in der Krone der Welt, ist ein Zacken falsch. Ist so auf der ersten Seite. Und ich hatte relativ am Anfang schon zu Franzi gesagt, die haben das Ding aufgerollt und ich habe gesagt, guck mal da, die eine Sache da, die steht verkehrt. Ja, das Ding habe ich aber nicht als Krone der Welt erkannt. Also es war für mich ein bisschen an Haaren herbeigezogen, das als solches zu bezeichnen. Weiß ich nicht. Und ich fand es wirklich deswegen, also Wimmelbild ist dann anscheinend, ich brauche mir auch kein Mikro-Makro anscheinend holen, weil ich finde das frustrierend, wenn ich eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dieses Board raufgucke, mich dann für irgendwas entscheide und feststelle, dass es falsch, dann habe ich das Gefühl, ich habe die letzten 20 Minuten ins Guard gedrückt, also dass ich einfach nichts Sinniges vollbracht habe. Wenn ich jetzt ein Aufbauspiel spiele oder so, dann habe ich was gemacht. Ich habe Gebäude gebaut, ich habe irgendwas bewegt, ich habe was gemacht. Wenn ich dann da verliere, weil ich zu schlecht gespielt habe, okay, aber wenn ich 20 Minuten auf so ein Bild glotze, schon fast frustriert bin, weil ich denke, ich finde die Lösung nicht und dann habe ich was, wo ich denke, oh, das müsste es sein und gucke nach und das ist es nicht. Du kannst ja dann auch nicht weitersuchen, weil du kennst ja dann die Lösung. Der Drops ist gelutscht. Ich glaube, ich bin tatsächlich aus diesem Rätselthema. Ich bin eben auch ein bisschen entwachsen. Diese Excel-Spiele machen mir auch keinen Spaß mehr. Also dafür, dass ich mal in der Escape-Room hatte, Rätsel schreiben liegt mir anscheinend mehr als Rätsel-Rätseln. Ich würde mal wieder gerne in der Escape-Room spielen, da macht man es ja auch zu viert, wenn man nicht weiterkommt, kriegt man Hilfe oder so. Aber auf diesem Board, ich fand es, mich hat es nicht so richtig abgeholt. Franzi meinte, ja, wir können ja dann noch mal weiterspielen oder so. Ich habe gesagt, nee, ey, komm, dann lass lieber halt eine Runde Frostpunk spielen. Da habe ich das Gefühl, dass ich was geleistet habe an dem Abend als eine Stunde da. Und dann muss man natürlich sagen, das Licht blendet auch manchmal ein bisschen. Man muss natürlich gucken, wenn du zu zweit nebeneinander, wie soll man das zu dritt oder zu viert spielen an dieser Schriftrolle. Das ist ja ein völliger Blödsinn. Also alleine ist wahrscheinlich am besten maximal zu zweit. Also ich fand die Rätsel, witzigerweise, fanden wir die Rätsel eigentlich hinaus eher zu einfach. Aber wir spielen halt öfter mal so Rätselspiele. Kann natürlich auch daran liegen. Aber grundsätzlich, ich verstehe, was du meinst mit dem, also ich habe mir zum Beispiel gar keinen Gedanken so gemacht, was jetzt genau kauern ist. Ich erinnere mich auch noch an diese Wortwahl. Manchmal sind die Worte auch komisch und auch hinten raus hat man manchmal Rätsel, wo du denkst, das passt vom Wort nicht so richtig. Und ich glaube auch, dass das mehr für, also wenn man es so mit ein bisschen Jüngeren spielt, also zum Beispiel so Kindern, die jetzt zwischen weiß ich nicht, zwischen 10 und 15 sind oder sowas. Da hast du halt so noch die Rätsel, wo du sagst, was könnte das sein? Aber ich finde, man war dafür irgendwie zu und zu alt. Also mich hat das auch nicht so richtig angesprochen. Ich fand auch diese, man muss ja dann irgendwo was rauflegen, weil man denkt, man weiß es, ey, das haben wir auch nicht gemacht. Also, denn irgendwelche Münzen da gesammelt haben wir auch gelassen, weil wir wollten, haben einfach die Rätsel ein bisschen gelöst und dann ist gut. Und wenn wir jetzt, wir hatten halt nur diese Marker, dass man, wenn man zu oft falsch macht, dann wäre es natürlich wirklich vorbei gewesen. Das haben wir gemacht. Alles andere haben wir weggelassen, weil das war nicht dann irgendwie zu viel Spiel, in was eigentlich nur ein Wimmelbild ist. Kann ich nachvollziehen. Wir haben es zu Ende gespielt, aber im Nachhinein ich würde auch sagen, ich fand es okay, aber ich fand es auch nicht mega gut. Ich fand die Idee und die Aufmachung doch geiler, als es im Endeffekt leider dann auch war. Ja. Und dafür ist es auch ein bisschen teuer. Ich glaube, es ist ganz schön teuer, wenn du es so kaufst. Ja, ich weiß nicht. Also für mich fühlt es sich einfach nicht an, als hätte ich meine Zeit gut investiert. Und von daher, ich glaube, das werden wir auch nicht weiterspielen. Kannst du wiederhaben. Oder verlosen wir. Das können wir sehr gerne tatsächlich verlosen. Dann habe ich mal was Kleines, ein Tranquility. Das hat Olli mitgebracht. Das war ein Kickstarter. Am besten könnte man das vergleichen mit The Mind oder The Game oder sowas. Also so von der gleichen Art ist das her. Ihr habt einen Startpunkt und ihr habt einen Endpunkt bei 80 oder 100 oder so. Irgendwie so in dem Dreh. Und ihr habt ein Feld von 5 mal 5, glaube ich. Und da müsst ihr quasi, ohne euch abzusprechen, nach und nach versuchen, ihr zieht auch mal Handkarten nach, die in einer Reihenfolge komplett hinzulegen. Und es ist dann so, dass ihr quasi, wenn ihr Karten direkt nebeneinander legt, dann müsst ihr die Differenz an Karten abgeben aus eurer Hand. Und wenn euer Stapel leer wird, euer Nachziehstapel und eure Handkarten, bevor ihr das alles komplett gelöst habt, dann habt ihr verloren. Man muss dieses Mal quasi versuchen, nicht alle Karten so schnell wie möglich loszuwerden, sondern man muss wirklich versuchen, das Feld zu füllen. Und das macht echt Spaß, vor allem, weil es wunderschön ist. Gibt es mal einen bei Google, Tranquility mit Kuh in der Mitte. Ich finde, das ist wirklich richtig schön. Und Olli hat auch noch die Playmate dazu. Das sieht echt richtig nice aus. Haben wir jetzt schon ein paar Runden gespielt. Haben wir auch schon mal vor drei, vier Monaten mal gespielt und jetzt nochmal. Und muss ich sagen, macht echt Spaß. Also es ist cool, mal einfach so ein, es hat vom Grundcharakter das Ähnliche, wie sie Game on the Mind oder so, wie heißt es ja? Okay. Aber hat mehr echt Spaß. Spielt sich auch ähnlich schnell runter. Spielt sich ähnlich schnell runter, genau. So heißt es, kann natürlich auch schon nach fünf Minuten vorbei sein, wenn einer es hart verkackt hat, hat man in unserer ersten Runde. Man muss halt abschätzen, wo man, du kannst Karten auch immer dazwischenlegen schon, aber wenn du dann irgendwann keine passende Karte hast oder eine Karte, die halt übelst weit davon entfernt ist, dann musst du so viele Karten abwerfen, dass du es eigentlich dann lassen kannst. Also das ist echt, ich finde es ganz cool. Ich weiß aber gar nicht, ob das normal im Verkauf ist, ehrlich gesagt, habe ich mich nicht informiert, weil Olli hat es. Und der bringt es ab und zu mal mit. Ich habe Kakerlackack gespielt. Das hast du mal wieder gespielt? Das hatte ich noch nie gespielt. Ach nee, Kakerlackensalat war das andere, oder? Ja, Kakerlackensalat ist das andere. Ich habe Kakerlackack gespielt. Das ist ein Kinderspiel, wo du so eine Kakerlake hast, die man unten anmacht und dann vibriert die. Also so von der Idee her finde ich das ganz witzig. Die hat so zehn kleine Beinchen aus Gummi. Und wenn du die anmachst, dann vibriert die. Und durch diese Vibration bewegt die sich tatsächlich. Das ist echt lustig gemacht. Und du hast dann halt so ein Board, wo so Besteck ist. Und du willst, dass die Kakerlacke halt bei dir landet, in deiner Ecke sozusagen. Und dann würfelst du immer. Und je nachdem, was du würfelst, Döffel, Messer oder Gabel, darfst du so das Besteck drehen, um wie so ein Parcours oder einen Weg zu bauen, dass die sich halt in deine Richtung vibriert. Und diese, also die Idee finde ich sehr witzig, so für Kinder halt, dass diese Kakerlacke, also wir reden jetzt hier über ein Spiel, was für sieben-, achtjährige ist, ja. Diese bescheuerte Kakerlacke ist nahezu an jeder Ecke hängen geblieben. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ob das einfach nur, also ich habe mir diese Kakerlacke genauer angeguckt. Das ist jetzt ein Kinderspiel, was bei denen nicht seit gestern im Schrank steht, wo ich dachte, vielleicht ist die Kakerlacke ja auch irgendwie schon ein bisschen Gummi verbogen oder irgendwas kaputt oder ich habe mir das nochmal genauer angeguckt und das sah eigentlich alles wie original aus. In ein, zwei Videos haben sie auch gesagt, ja, das kann schon mal sein, dass die auch hängen bleibt. Diese Kakerlacke ist bei uns permanent hängen geblieben. An jeder Ecke, wo Besteck aufeinander getroffen ist, ist die erstmal hängen geblieben. Du musstest die anstupsen, dass die weiterfährt. Dann hat sie auch so einen leichten Drall immer in irgendeine Richtung gehabt und fand ich brutal schlecht gemacht. Also weiß ich auch nicht. Es ging überhaupt nicht. Es ist ja schön, dass sie sich bewegt beim Vibrieren. Aber wenn sie alle zwei Zentimeter irgendwo hängen bleibt, dann ist es ja ein tolles Spiel. Klasse. Das ist ein Blödsinn. Willst du gleich noch was machen, Martin? Weil das war jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Abriss. Kann ich machen. Marvel Remix haben wir gespielt. Also Fantasy Realms auf Marvel. Fantastische Reiche, Martin. Bitte nutzt bitte die deutschen Begriffe. Wir sind hier ein deutscher Kanal. Fantastische Reiche. Marvel Remix hat Gordon ja schon mal ein Video gemacht mit Annika. Und wir haben es jetzt, wir haben einem zwei Runden, glaube ich, Fantastische Reiche gespielt mit Freunden, die das auch noch nicht kannten. Wir haben es ihnen erklärt, haben es mit ihnen gespielt. Und man kann ja bei Fantastische Reiche mit der App dann ganz easy zack, 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 alles zusammenrechnen am Ende. Weil die Anfänger hatten es halt auch noch nicht so gut verstanden, wie das mit dem Rechnen so ist. Sie waren gerade dabei, reinzukommen, so dahinter zu steigen. Ich finde, so nach zwei, drei Runden hat man das Prinzip ja dann auch verstanden. Und danach haben wir dann Marvel Remix gespielt. Und ich finde, also, so gefühlt ist es eigentlich einfacher gemacht. Eigentlich, ja. Aber irgendwie, irgendwie rechnet es sich komischer zusammen. Also, ich weiß nicht, so, wenn du die Sachen auf der Hand hast, dann hast du ja diesen Bösewicht und diesen Helden, die du beide haben musst, damit das funktioniert. Das ist eine nette Idee, vor allem, wenn du gucken musst, dass du den Bösewicht insoweit bedienst, dass du keine Minuspunkte durch den kriegst, sondern vielleicht sogar Pluspunkte, weil du es gut gemacht hast. Aber irgendwie ist das ein bisschen eigenartig. Und dann waren wir fertig mit der ersten Runde. Und alle anderen drei am Tisch haben die Karten zu mir hingeschoben, weil sie gesagt haben, ja, wir verstehen schon so ein bisschen, wie es geht, aber das mit dem Zusammenrechnen kriegen wir gar nicht hin. Und dann gibt es ja für Marvel Remix keine App mit dem Zusammenrechnen. Das heißt, ich saß dann da und hab dann in mühsamer Kleinarbeit für vier Leute ausgerechnet, wer wie viele Punkte hat. Da würde ich jetzt so sagen, das Zusammenrechnen geht schon ein bisschen besser als bei dem anderen Spiel. Das rechnet sich schon ganz gut zusammen. Aber nichtsdestotrotz war ich dann erst mal fünf Minuten oder so beschäftigt damit. Weil ich kenn die Karten ja auch noch nicht. Ich musste mir die Karten dann auch durchlesen. Aha, wer ist das? Was hat er für Bedingungen unten drauf? Aha, der sagt, wenn, dann. Dann rechnest du alles zusammen, stellst fest, drei Karten später ist eine Karte dabei, die schließt die eigentlich aus. Und dann bist du da echt beschäftigt. Und dann hab ich nach einer Runde gesagt, okay, also wenn ihr alle nicht bereit seid, eure Sachen selber zusammenzurechnen, die App unterstützt es nicht, fühlt sich blöd an. Also macht keinen Spaß. Dann lass halt das andere spielen. Ich find auch die Effekte bei, jetzt hätte ich auch Fantasy Realms fast gesagt, fantastische Reiche, find ich tatsächlich irgendwie ein bisschen cooler. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, bei Marvel Remains fühlt sich das alles sehr gleich an. Ich finde irgendwie, dass es irgendwie, ja, also mir gefällt fantastische Reiche auch besser. Haben wir aber auch im Vergleich gesagt, mit diesen Symbolen nochmal in der Ecke, die nochmal mit eingeschlossen werden, diese Tags oder was das sind, find ich irgendwie überflüssig. Da ist es cooler. Bei fantastische Reiche mag ich, also ich mag zwar Marvel als Thema, aber irgendwie find ich auch, dass insgesamt fantastische Reiche das rundere Spiel ist. Ich brauch Marvel Remains jetzt auch nicht nochmal. Also ich finde, bei fantastische Reiche hätten sie ein, zwei Karten, ich weiß nicht, weglassen können, klingt jetzt komisch, aber vielleicht ein bisschen einfach, so gerade diese Doppelgänger-Karten und so. Also da sind schon Karten drin, wo Anfänger echte Probleme mit drin haben, erst mal sie zu verstehen und dann auch noch, also wie sie ins Gesamtbild passen und sie dann auch noch richtig zu verwenden. Und das finde ich, das hätte man echt besser machen können. Auch so der Phönix ist so ein schönes Beispiel. Zählt als das und als das. Aber wenn du das auf der Hand hast, zählt da null. Also auf dieser Phönix-Karte steht ja auch richtig viel drauf. Und gerade so bei Anfängern merke ich, die ziehen diese Karte, habe ich keinen Bock drauf und schmeißen die gleich weg. Die ist nicht schlecht, aber die hätte es jetzt halt auch nicht gebraucht. Da haben sie dann ein, zwei Steine immer ein bisschen übertrieben, aber ich würde schon immer mehr zu fantastische Reiche greifen. Wahrscheinlich aber auch aus der Einfachheit heraus, dass man das mit der App dann zusammenrechnen kann. Das macht es schon deutlich einfacher. Ja, ich finde auch immer so ein cooles Gefühl, wenn du alles in die App eintippst und denkst, ah, wenn ich jetzt die noch reinmache, mal gucken, was rauskommt. Es kann natürlich auch trotzdem mal ein Fehler bei sein. Wir hatten auch schon mal, dass wirklich uns aufgefallen ist, dass da irgendein Fehler in der App war. Aber das meiste wird eigentlich immer richtig zusammengerechnet. Und da versucht man natürlich immer, so einen Highscore zu knacken. Ich muss sagen, ich hatte lange den Highscore bei uns in der Gruppe. Darüber hat mich letztens allerdings geschlagen. Das hat mir wirklich, ah, das war hart. Mit wie viel? Boah, das weiß ich nicht mehr. Wir sind echt hoch mittlerweile. 300. Was? Okay. Für hohe 300er sind wir mittlerweile. Also es ist echt, da muss man schon, ne, muss man am Anfang ein bisschen Glück haben und dann noch ein paar gute Karten dazu ziehen. Das ist nicht so einfach. Aber wenn man viele Partien spielt, ist das schon mal der Fall. Ich habe tatsächlich aber was gespielt, was alle kennen und was ich dir ja auch erzählt hatte, was wir bei Anka und Christian gespielt haben. Carcassonne habe ich mal wieder ein paar Runden gespielt und fand es überraschend gut. Hast du das eigentlich, hast du das früher mal gespielt oder kennst du das? Nein. Okay. Also es ist ja super einfach. Ich glaube, ich muss es nicht groß erklären, außer dass ihr quasi nach und nach so ein Puzzlespiel habt. Ihr habt verdeckt alle Teile außer einem Startteil und deckt immer ein Teil auf. Dann könnt ihr neue Städte zusammensetzen oder irgendwelche Wege da ran bauen und versucht immer eure Männchen drauf zu platzieren und damit dann irgendwie Städte abzuschließen, wenn ihr was ran puzzelt und damit Punkte zu sammeln. Nur das Basisspiel, das ganz alte Basisspiel, wo es noch nicht Spiel des Jahres war, von 2000 dann quasi, habe ich gespielt mit Christian und es war echt ganz cool. Also wir haben es dann zu zweit gespielt, wir haben später nochmal eine Partie zu viert gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Es ist halt schnell gespielt. Man muss trotzdem ein bisschen überlegen, wie man es dann machen kann und wir haben es uns jetzt so bei Kleinanzeigen für den Zehner, glaube ich, hat Annika es besorgt. Kam ich letztens nach Hause, da hat es das irgendwie in Dresden, hat jemand das für den Zehner verkauft, da 10, 11 Euro und haben wir jetzt auch wieder direkt nochmal eine Runde gespielt. Macht Spaß. Also ich verstehe, dass das Spiel so erfolgreich ist, warum da jetzt tausend Erweiterungen dazu müssen, das frage ich mich wieder, weil es gibt wirklich, ungelogen bestimmt 20 Erweiterungen oder so mit irgendwelchen Extrasachen. Ich finde genauso charmant, wie es ist, dass es halt jetzt nicht tausend extra Regeln gibt, sondern man die Regeln in zwei Minuten erklärt hat und dann einfach durchstarten kann und auch zu zweit es sich gut spielt, aber auch zu viert dann aber auch komplett anders ist, weil einfach das Spiel, natürlich man hat viel weniger Plättchen, die man selber legt, weil es gibt eine Anzahl, die ist immer gleich. Ja, also ich fand es echt cool. Auch dann mal wieder, ich habe lange das in der Uni, glaube ich, letztes Mal irgendwie mit Kumpels gespielt und jetzt haben wir es mal wieder rausgeholt und hat mir echt gut gefallen. Man muss ja auch mal wieder alte Spiele einfach mal wieder ausprobieren. Ich glaube Monopoly wird nicht geil, wenn ich es wieder spielen würde, aber das war echt cool. Probier mal Risiko. Nee, danke. Ich habe mal gerade reingeguckt, Sky Tier Horde hatten wir, glaube ich, auch im Podcast noch nicht drüber gesprochen. Hatte ich nur... Das ist eine gute Frage. Ich kann es ja ganz kurz abreißen. Also ich habe mal gerade geguckt, so zeitlich dürfte es eigentlich nicht gewesen sein, weil das letzte Mal, dass ich es gespielt habe, war ein Tag nach dem letzten Podcast, wo wir darüber geredet haben. Okay. Könnten, ich weiß es nicht. Also Sky Tier Horde habe ich auf jeden Fall wieder verkauft, weil es mich nicht so richtig abgeholt hat. Also Sky Tier Horde ist ein... Obwohl, warte mal. Nee, wir haben ja... Wir haben ein Video dazu. Ja, also wir können natürlich auch auf unserem Kanal das Video gucken. Ich weiß es nicht. Wir haben nochmal versucht, das richtig zu stellen mit dem Deckbuilding und dem Nicht-Deckbuilding, was es genau ist. Aber ihr habt vorgefertigte Decks Horde abwehren, bevor die euer Gate zerstören, so euer Tor zerstören. Und ja, halten wir es einfach ganz kurz. Ich fand es relativ öde. Es spielt sich schon nicht schlecht und wenn man davon noch keine, davon noch nicht viele Spiele gespielt hat, dann macht einem das vielleicht auch Spaß, wenn man so dieses Konzept halt schon kennt, dann ist es halt wie jedes Kartenspiel. Ja, ja. Wenn du den Gegner nicht blocken kannst, haut er dir auf die Lebenspunkte. Hier nennen sie es halt Tor und bezeichnen es deswegen als Tower Defense. Ja, aber ihr könnt euch dazu auch meine Meinung angucken. Die fielen nicht sonderlich gut aus. Ich bin froh, dass ich es wieder verkauft gekriegt habe. Und ja. Aber mehr habe ich dann tatsächlich, also Frostpunk haben wir halt das nächste Szenario gemacht, haben es auch wieder geschafft, hat richtig Bock gemacht und da wollen wir heute auf jeden Fall mit dem dritten Szenario anfangen. Obwohl ich sagen muss, die erste kleine Enttäuschung kam jetzt schon mal und zwar habe ich eigentlich gedacht, dass es für, also es gibt halt so Szenario 1, wo der große Sturm kommt und ich hatte eigentlich gedacht, dass in dem Szenariobuch sage ich mal zwölf verschiedene Szenarien drin sind, dass man auch unterschiedliche Geschichten erlebt. Es ist aber tatsächlich so, dass die ersten acht oder neun Szenarien, die da drin sind, eigentlich nur unterschiedliche Grundgegebenheiten herstellen für dich, aber du immer wieder Szenario 1 spielst. Also du hast immer wieder diesen großen Sturm, der kommt, du hast halt nur andere Bedingungen auf dem Board. Also die Karte ändert sich ein bisschen, du spielst aber immer wieder Szenario 1, wo es am Ende darauf hinausläuft, dass du Rohstoffe sammeln musst für die Endwertung. Okay. Fand ich ein bisschen enttäuschend, weil wir haben ja die Basisversion gespielt und haben dann danach das, also die Basisversion, dann haben wir das Szenario 1 gespielt. Das ist so beides, nur ein bisschen abgewandt und jetzt haben wir eigentlich gedacht, boah, jetzt kommt halt was Neues, aber wird es wieder Szenario 1. Da hatte ich ja gehofft, dass ich storymäßig halt einfach ein bisschen mehr noch abgeholt wurde. Also du wirst in dem Spiel durch verschiedene Karten schon mitgenommen von der Story, aber ich hatte einfach gehofft, dass man so noch ein bisschen mehr erlebt. Es gibt halt noch vier unterschiedliche Szenarien, die die Bedingungen auch so ein bisschen ändern. Die sind ganz hinten im Heft, aber ich hatte gehofft, dass jedes einfach irgendwie so ein bisschen mehr noch was rausholt. Aber dass ich jetzt immer wieder Szenario 1 spiele und das nimmt ja auch so ein bisschen die Überraschung. Ich weiß, okay, es kommt der große Sturm, der macht meine Gebäude kaputt, der macht das und am Ende läuft es darauf hinaus, dass ich Kohle und Nahrung sammeln muss, damit ich gewinne. So, das mache ich jetzt halt acht Missionen lang, bevor ich dann mal was anderes spiele, fand ich. Aber wir sind ein kleines bisschen geknickt. Aber die zweite Mission hat auch super viel Spaß gemacht. Wir werden heute Abend mal mit der dritten anfangen. Ja, deswegen, der erste Druck ist halt dann wirklich anders. Deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt, wenn ihr jetzt drei, vier, fünf gespielt habt. Auch wenn, ist ja trotzdem gut, wenn es zwei trotzdem Spaß gemacht hat. Schauen wir mal, wie es dann auf lange Sicht ist, ob es sich dann noch trägt, das Spiel. Ich würde als letztes vielleicht nur noch darüber reden, dass der Burgen von Burgund Plätschmanager jetzt zugegangen ist und wir da zugeschlagen oder ich da zugeschlagen habe, das wollte ich einfach nur noch kurz erzählen, weil ich doch erschreckend finde, wie viel Geld man dann für so eine, eigentlich das gleiche Spiel, sage ich mal, was es gibt, in der absolut krassesten Deluxe-File, obwohl ich habe, wir haben nicht mal das Krasseste genommen, was es gab. Also man konnte bestimmt auch nicht draufrechnen. Ich glaube, man hätte auch 260 Euro ausgeben können. Wir haben, glaube ich, um die 180, 190 ausgegeben. Und Burgen von Burgund ist ein Plättchenlegespiel, wo ihr auf eurem Wort so ein bisschen eure Stadt zusammenbaut und dafür Punkte bekommt mit einem Würfel-Einsetzmechanismus. Und Wreck-and-Realms hat das auch nochmal aufgelegt in super Deluxe. Also es sieht mega, mega geil aus. Ihr habt ja zum Beispiel diese ganzen Pappteile, die ihr früher hattet. Man muss sagen, die Standard-Version, die sahen wirklich relativ freudig aus von früher, aber es ist halt auch echt alt. Und das Design und ganz, ganz dünne Pappe, die Playerboards waren wirklich, das waren wieder so eine Dinger, die so gewabbelt haben, wenn ihr die so, also wirklich hauchdünn. Jetzt hast du Double Layered Boards, Acryl-Teils, neue Würfel, und dann gab es halt, was ich komisch finde, Miniaturen, die du quasi auf diese Teils draufstellst. Das finde ich aber, warum sollte man das tun? Das ist ja wirklich nur, du machst wirklich nur, du legst das Teil hin und nimmst dann eine Miniatur noch dazu und stellst sie dann noch extra drauf. Also das ergibt sich für mich nicht so richtig, weil du hast am Ende irgendwie so ein Miniatur-vorgestelltes Board, aber es ist doch schon cool, wenn du einfach deine Acryl-Marker da drauf liegen hast. Ich glaube, es hätte nochmal 60 Euro kostet oder so, diese Miniaturen extra dazu zu nehmen. Und das habe ich dann gedacht, das war irgendwie so ein so ein Ticken zu viel. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, warum man das machen sollte. Und sonst aber freue ich mich tatsächlich echt drauf mit dem ganzen Acryl-Zeug und so. Auch wie bei Quacksalber, da haben wir auch diese Acryl-Marker nachgekauft. Ist schon ganz geil vom Feeling. Aber man kann das Grundspiel halt auch für 25, 30, vielleicht 35 Euro kaufen. Also das ist standardmäßiger. Klar sind jetzt alle Erweiterungen dabei, die es gab und noch was Neues. Aber 190 Euro, überlegt mal, wie viel mal das die 35, 40 vielleicht maximal sind, die es dann so kostet. Ist schon ganz schön heftig. Aber es soll dieses Jahr noch kommen. Also da kommt dann hoffentlich dieses Jahr noch was von uns dazu. Wir werden sehen, aber es ist wahrscheinlich wie bei Frostpunk mit den Gebäudeminaturen. Ja, das heißt. Wenn ich schon im Kickstarter dachte, warum sollte man das machen? Das hilft doch überhaupt nicht. Der Übersicht, dass ich dann da 3000 Gebäude auf mein Board stelle, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was wo ist. Und tatsächlich werden diese Gebäudeminaturen auch erschreckend oft einzeln verkauft. Ja, das stimmt. Im Flohmarkt, weil es anscheinend auch Leute festgestellt haben, dass es der Übersicht überhaupt nicht zuträglich ist. Also es gibt ja Sachen, da ist es cool, es sieht vielleicht auch cool aus. Aber wenn ich am Ende nicht mehr durchblicke, da haben die Jungs vom Brettspiel-Podcast auch über ein Spiel geredet. Das war mir nicht geläufig. Ich kenne es jetzt auch nicht, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, irgendwas mit Rom. Und dann haben sie auch gesagt, du stellst da die übelst großen Miniaturen hin und klatschst dir damit das Board voll und musst dann am Ende aber aufstehen, weil du gar nicht mehr siehst, was hinter diesen 300 Gebäuden ist, was du da auf dem Board hast. Also es ist ja dem Spiel an sich überhaupt nicht dienlich. Ähm, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das schon gesehen. Es ist auch eine Riesenbox mit 1000 Miniaturen drin und so. Es sieht krass aus, aber scheinbar, ne, ist dann wirklich so, wenn die Übersicht dann flöten geht, finde ich es auch nicht so geil. wenig Spiel drin dafür. Also es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber das Spiel selber könnte 20, 25 Euro kosten für das, was drin ist. Es ist ein Plättchenlegespiel, aber es ist wie bei Tapestry, wo du die Box das erste Mal aufmachst und siehst diese Gebäude und denkst so, wow, krass, und spielst dann Tapestry und denkst, alter Schwede, war das mit den Häusern überflüssig. Da hätte man auch einfach Pappe, Plättchen nehmen können, die Tetris-Form haben und dann wäre das sogar besser gewesen, weil die lassen sich auf deinem Board viel besser auslegen als diese Gebäude, die du da hinstellst. Also sinnfrei überproduziert. Also Tapestry finde ich unnötig teuer für das, was das Spiel an sich ist. Also es, ja. Ja, obwohl ich finde es gut, es ist ein schönes Spiel, aber das ist unnötig überproduziert. Ja, nee, finde ich so, manche Sachen. Oh, ich habe heute gesehen, jetzt hat einer die Erweiterung hier von Dungeonology in der Flohmarkt drin gehabt für 15 Euro. Diese Riesenbox. Und er hat es trotzdem nicht verkauft gekriegt. Das ist echt übel, ey. Echt übel. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Mal gucken. Er wird verlost. Kriegen alle hin. Löschen Sie alle Ihre Kommentare. Ah, schön. So. Okay. Dann habe ich mir zum Ende jetzt noch Folgendes überlegt. Es gibt ja immer so diese Aufrufe, dass die Leute abonnieren sollen. Und man muss ja da immer so ein bisschen über die Stränge schlagen. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich sage es schon mal vorher. Ich nehme mir jetzt meine Gitarre und werde jetzt Ach du Scheiße. I will always love you perform, bis der Nächste abonniert hat. Und das geht so Und Ah, siehste. Halt dein dummes Maul, halt unseren Kanal abonniert. Geht doch. Geht doch. Boah, das war krass hoch. Hätte ich jetzt nicht erwartet von dem. Wir hätten vorher eine Trigger-Wahnung aussprechen sollen. Im Auto völlig so. Oh Gott. Schön ging. Einen Abonnenten verloren, weil er gegen den Baum geflogen ist. Naja, super. Weißt du, was mir immer aufgefallen ist? Tatsächlich muss ich jetzt noch sagen. Egal, ob du abonniertest oder nicht, du hörst das ja trotzdem immer. Ich habe auch bei einem Podcast, da wird immer dieses Post von Paul, Paul-Ribke-Podcast, immer dieser Newsletter, der wird immer genannt. Und da habe ich dann immer so gedacht, komm, ich abonniere den jetzt, dann höre ich es nicht mehr. Aber der sagt es ja trotzdem immer. Das ist ja, weißt du, du hörst ja trotzdem die Werbung dazu, auch wenn du es abonniert hast. Das ist wirklich, das ist ja. Wir können ja sagen, wenn auf dem Podcast mindestens fünf Leute abonnieren, dann mache ich das beim nächsten Mal nicht mehr. Ansonsten streue ich das jetzt immer so spontan ein, dass keiner weiß, wann es kommt. Genau, und dann kommen die DABos rein beim Podcast. Okay. Ja. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst doch bitte einfach ein Abo da. Mittlerweile gibt es auf YouTube auch Superthanks, wenn ihr sagt, was für ein Talent, was für eine Stimme, dann könnt ihr hier auch mit einem Superthank Danke sagen für dieses Erlebnis. Und ansonsten, ja, was kann man so in die Kommentare schreiben? Martin, es ist auch Podcast, also bei allen anderen Plattformen könnt ihr sonst eine Bewertung da lassen, wenn ihr es nicht hier gerade. Ja, genau. Also ihr könnt jetzt hier auch tatsächlich bei iTunes etc. coole Bewertungen da lassen. Oder ihr geht halt auf YouTube und schreibt irgendeinen Käse, irgendeinen Käse in die Kommentare. Ja, irgendeinen Käse. Sehr gut. Genau. Genauso möchte ich das. Ansonsten wünschen wir euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und das war der Podcast All About Bread von Meeble King. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.